Willkommen in der Drachenwelt, wo diesen langen Weg der Strecke zur Drachenhöhle zwei schon zurückgelegt haben. Hey, muss ich richtig Tempo machen, dass ich zu euch komme. Hallo Dominik. Willi. Tolle Leistung. Ausgezeichnete Leistung. Wie geht's euch? Gut. Alles unter Kontrolle? Ja. Soweit? Ihr seid ungewöhnlich im Film. Du hast als Haustiere zu Hause Hochlandrinder. Schottische. Schottische. Duschlangen. Und ihr könnt großartig Tierstimmen nachmachen. Ich mach noch einmal deine Tierstimme. Das mach ich immer, damit das irgendwie... Kommen sicher Eulen demnächst hier angeflogen. Und deine ist ganz ungewöhnlich. Nochmal. Und die Augen auch. Die Augen auch. Bitte? Mit die Augenbrauen. Hey, alles. Ja, wir können nur applaudieren, so wie Colino. Jetzt schaut auf den Weg vor euch. Es trennen euch nur mehr zwei Felder von der Drachenhöhle. Ihr habt bereits sechs Drachentaler dabei und noch zwei Pergamente und das goldene Kleeblatt. Violett oder weiß? Violett. Violett. Das Labyrinth. Ganz gemütlich riechen. Findet den richtigen Eingang, die richtige Summe, den Weg zur Mitte. Zwei Felder braucht ihr noch. Ich habe eine Frage. Was ist wenn wir mehr Felder haben, als der Weg noch ist? Gut für euch. Spielt aber keine Rolle. Okay. Zwei braucht ihr auf jeden Fall. Gut. Hier ist das Labyrinth. Vier Eingänge. A, B, C, D hat es. Und 30 soll herauskommen, wenn ihr diese Ziffern zusammenzählt. Welcher Eingang ist der richtige? Stopp. Zieh. Gut. Sicher? Sicher. Ganz sicher. Ganz gemütlich nachgerechnet. Ganz gemütlich nachgerechnet. Das wären drei Felder. Also wie gesagt, zwei braucht ihr. Das dritte, das würde euch höchstens in den Abgrund bringen. Besser nicht nach dem zweiten stehen bleiben, dann kommt nämlich die Brücke in die Höhle. Wenn es stimmt. Eingang C. 30 muss herauskommen und den goldenen Kristall, den wollen wir am Ende sehen. Ja. Ja. Kein schlechter Anfang. Allerdings jetzt lange Durststrecke. Ja. 21. Das sieht nach neun aus. Kommt noch was? Ja, der goldene Kristall geschafft! Ja, super! Ja, super! Ja, super! Alle haben Grund zum Jubeln! Colino und ihr, ich gratuliere euch herzlich! Danke! 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 Zwei, die es geschafft haben, hier in die Drachenhöhle zu kommen. Gratulieren! Das Gitter öffnet sich immer nur. Wirklich gute, starke Freunde, die viel wissen, viel können und jetzt über die Brücke gehen. Ja, super! Ja, super! Ja, super! Ja, super! Ja, rein in die Höhle! Colino ist euch sehr dankbar, er kann draußen herumfliegen und ihr könnt euch jetzt Drachenthaler aus den Schatztruhen holen. Woher seid ihr? Ich bin aus Unterdürnbach und ich bin aus Meister. Und das ist welches Bundesland? Niederösterreich. Niederösterreich. Willi und Dominik, große Gratulation! In die Höhle schaffen es nicht viele. Hier sind die Schatztruhen und vielen sind eine ganze Menge an Drachentalern. Einer sogar der goldene Drache, der alles verdoppelt. Und links und rechts in diesem Regal sind Dinge zum Thema Zirkus. Es sind immer drei zur Auswahl. Sucht euch das aus, was ihr beide am liebsten wollt. Die Dinge sind unterschiedlich geordnet, es ist nicht die gleiche Ordnung links und rechts. Sucht euch das aus, wo ihr beide sagt, ja, das wollen wir beim Zirkus am allerliebsten. Beide. Jede Übereinstimmung bringt euch eine Zauberkraft, um eine Truhe zu öffnen. Los geht's! Geht zum Regal. Das ist meins. Das ist mein Zirkus. Denn im Zirkus können sie aussuchen, was sie gerne wären. Wie der Zirkus heißen soll. Was das beste Kunststück wäre, das sie zeigen könnten. Welch, was sie in der Zirkuskapelle wären. Was denn das Publikum zum Naschen kriegt. Und was das Publikum, wenn es nach Hause geht, noch so als Mitbringsel, als Geschenk erhält. Jeweils drei Sachen stehen zur Wahl. Sucht das aus, wo ihr meint, das gefällt dem anderen auch sicher gut. Oder das wollt ihr beide am liebsten haben. Jetzt bin ich gespannt, wie viele Übereinstimmungen gibt's. Sechs Dinge müssen dann in eurer Tasche liegen. Sechs Sachen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Willi ist wieder da. Dominik, hast du alles? Die Zeit ist abgelaufen jetzt auch. Jetzt geht's los. Was wärt ihr gerne im Zirkus? Direktor, Clown oder Feuerschlucker? Direktor, Clown oder Feuerschlucker? Der Willi wäre gern Feuerschlucker. Der Dominik wäre lieber Clown. Beide schöne Sachen, nur keine Übereinstimmung. Wie soll der Zirkus heißen? Clownissimo, Maximus oder Wunderzelt? Du hast dich entschieden für Clownissimo und du ebenfalls. Clownissimo, erste Übereinstimmung. Weiter geht's. Das beste Kunststück. Seiltanzen, Zaubern oder Jonglieren. Seiltanzen, Zaubern oder Jonglieren. Das hast du ausgewählt? Das ist Jonglieren. Nehme ich an. Und was hast du gewählt? Auch Jonglieren. Sehr gut, zweite Übereinstimmung. In der Zirkuskapelle werdet der Dirigent Schlagzeuger oder Klavierspieler. Klavierspieler möchtest du sein? Achso. Ich glaube das ist das Dirigentenstäbchen. Oder Schlagzeuger. Schlagzeuger. Nein, keine Übereinstimmung. Das Publikum bekommt Nüsse, Popcorn oder Schokolade. Popcorn, Popcorn. Nächste Zauberkraft. Und was kriegt das Publikum nach Hause mit? Klauennase, Klauenhut oder Klauenschuh? Schuh. Sehr gut. Habt ihr gleich ein paar? Sehr praktisch mit euch in den Zirkus zu gehen. Wollen wir sie in der Tasche? Nein? Nichts. Fair gespielt. Vier Zauberkräfte, vier Truhen. Sucht sie euch aus. Sechs Drachentaler habt ihr schon. In einer Truhe sind fünf Drachentaler. In einer vier, in einer drei, in einer zwei, in einer nur einer. Und in einer der goldene Drache. Und eine ist leer. Los geht's. Zaubert eure erste Zauberkraft eurer Freundschaft hier hinein. Und was gibt's dafür? Den goldenen Drachen gleich zu Beginn. Alles wird verdoppelt. Super. Ein Feuerwerk von Colino für euch. Und während Colino draußen am Himmel seinen Feuerzauber abzieht für euch, Habt ihr euch schon die nächste Truhe? Ich halte euch gerne den goldenen Drachen. Ausgesucht. In ihr ist hoffentlich was drin. Fünf Drachentaler. Ja sagt! Das nenne ich Glück. Ich halte auch die gerne. Ihr könnt noch zwei Truhen öffnen. Schon den goldenen Drachen und fünf Drachentaler. Das Beste, was man aus der Höhle holen kann. Und jetzt geht's hinein. Das Schloss wird geöffnet. Und... Au! Eieäubig. Aber jetzt gibt's das nicht mehr. Jetzt gibt's das nicht mehr. Nein! Jetzt könnt ihr nur noch eine volle Truhe erwischen. Gibt's? Jetzt geht's nur mehr darum, wie viele Drachentaler drin sind. Einer, zwei, drei oder vier. In der Höhle. Schatzthron, noch ein Drachentaler dazu. Bitte sehr! Hier! Kommt her! Die fünf. Noch einer dazu. Ein goldener Drache. Zwölf Drachentaler habt ihr. Mal zwei ist... Sind... Gratulation. Das ist euer Schatz. Welchen Wunsch möchtet ihr euch gerne damit erfüllen? Ich werde mal ein paar Bücher kaufen. Und du? Ich will erst einmal sparen und kaufen dann auch was. Ihr wart großartige Spieler. Ich gratuliere euch. Macht euch auf den Heimweg. Der Weg ist grün. Tauscht eure Drachentaler dann um. 33 Euro. Jedes Stück. Alles Gute! Willi und Dominik. Servus. Toll wart ihr. Großartige Leistung. Das kann man doch sagen. Ja, die beiden haben jetzt ein großes Stück Weg zurückzulegen. Sie werden euch dann noch einiges erzählen, wie es ihnen hier so gefallen hat. Und für euch habe ich in der Zwischenzeit die erste Mitspielfrage von heute. Wer sagt im Märchen, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen? Schneeweißchen oder Aschenputtel? Beim richtigen Namen findet ihr die erste Ziffer von heute. Ich bin urfroh, dass wir ein Freund der Dominik und ich so weit geschafft haben. Und ich auch. Tschüss! Tschüss! Ab in die Höhle, Colina! Zurück in dein Verlies! Noch viele Male musst du befreit werden, ehe der Fluch gebrochen ist. Der Fluch muss noch wirklich viele, viele Male gebrochen werden. Aber es ist auch eine große Chance für die nächsten Schatzsucher. Die es vielleicht auch hier in der Höhle schaffen. Wer kommt? Hallo, ich bin die Valeria und das ist meine beste Freundin, die Martina. Wir sind beide zehn Jahre alt und kommen aus Südtirol. Und der Martina gefällt mir, dass sie allem alles im richtigen Moment sagt. Und an der Valeria gefällt mir, dass sie sich allem volle durchsetzt. Bei mir daheim im Garten, die am allen Ball spielen. Und auf der Hutsche. Wir verteilen ganz viele experimentieren. Und wenn sie groß ist, wird sie sicher Superchemikerin. Und die Martina wird sicher ganz eine gute Schauspielerin. Aus Südtirol, hier in die Drachenwelt, kommen Valeria und Martina. Herzlich Willkommen. Wow, was bringt ihr da? Wir Glücks bringen mich. Kommt da weiter, kommt da weiter. Was haben wir hier? Eine Glaskugel. Eine schöne. Ein Hund haben wir auch noch dabei. Sagt einmal, ihr sprecht ja nicht nur Deutsch? Sondern auch Italienisch. Könnt ihr sagen, wir lieben dich Colino? Die amiamo Colino. Na Colino, was sagst du dazu? Bitte schön. Was sagt er dazu jetzt? Eine schöne Antwort, gell? Ich glaube nicht, dass ihr sagen wollt, wir lieben dich Merloks. Nein. Nein. Auf keinen Fall. Was wollt ihr ihm sagen? Wir hassen dich Merloks. Wirklich? Ja. So schlimm. Ich fürchte, so richtig mögen tut er die beiden auch nicht. Ich hasse Stille und Sonnenschein. Und deshalb schickt er euch die Blitze, die auf eurem Weg zur Stille. Schatzhöhle, die Fallen aufgerissen haben. Tappt nicht hinein. Viel Glück. Danke. Es geht los. Du könnt ruhig einen Schritt noch vormachen bis hierher. Sieben Pergamente habt ihr am Anfang zur Auswahl. Sagt mir die Farbe eures ersten. Rot. Das sind die Zauberzutaten. Der Weg ist frei. Das heißt, je mehr ihr euch merkt und mir nachher sagen könnt, desto weiter kommt ihr voran. Fünf Zauberzutaten einfällt. Sieben, zwei, neun, drei. Merlox mischt in seinem Kessel wieder die schrecklichste Brühe aller Zeiten mit einem Baum, einer Tulpe, Pantoffeln, einem Knopf, Zitrone, Koffer, ein Verkehrsschild, ein Clown, ein Stofftier, ein Auto, ein Kinderwagen, ein Korb, Lippenstift, eine Säge, ein Ball, Rollschuhe, ein Ballon, Tennisschläger, eine Gießkanne, eine Sonnenbrille. Gut, das alles ist da drinnen. Wird das gut verrührt, gibt es wahrscheinlich eine Riesenexplosion oben in der Burg. Und jetzt gibt es für euch Felder. Was habt ihr euch alles gemerkt? Eine Sonnenbrille, eine Gießkanne, eine Tulpe, ein Ball, eine Zitrone, ein Kinderwagen, ein Lidschapatte, Schlapper, ein Lippenstift. Aha, ja, Pantoffeln, Schlappen, Lippenstift. Eins noch, dann hättet ihr noch das dritte Feld. Fällt euch irgendwas noch ein? Ein Baum. Ein Bäumchen. Ein Baum. Ja, da ist er auch schon. Gut gemacht. Rosmarin und Baldrian. Bald schon kommen neue dran. Wenn sich Merlots da nicht irrt. Und weiter geht's. Weiß. Weiß bringt euch... Wahr oder nicht? Ich erzähle euch etwas, dann müsst ihr raten. Ist es wahr oder ist es nicht? Fällt euch das leicht? Ist das eine einfache Aufgabe oder eher eine schwierigere? Schwieriger. Schwieriger. Dann schaut euch jetzt den Weg vor euch an. Genau in der Mitte ist die Falle. Ihr könnt es nur einmal machen, dann hättet ihr auch schon den ersten Drachen fallen. Oder dreimal wagen, dann seid ihr über die Falle hinweg, wenn ihr es wirklich dreimal schafft. Einmal. Dann gibt's für euch diese Geschichte. Der Monat März ist nach dem römischen Gott Mars benannt. Wahr oder nicht wahr? Nicht wahr. Rot. Erster Ring. Nach wem ist er benannt, glaubt ihr? Nein? Ist der Monat März nach dem römischen Gott Mars benannt? Wahr oder nicht wahr? Die Geschichte ist... Wahr. Doch, er ist nach dem Mars benannt. Nein. Schade. Kann passieren. Und jetzt kommt's auf eure Entscheidung an. Wollt ihr das goldene Kleblatt einsetzen oder... Zauberstab. Merloks Zauberstab hat drei Teile. Erst wenn er alle drei hat, hat Merloks die Macht, die beiden verschwinden zu lassen. Ein Fehler bringt einen Teil für Merloks. Ah, ihr werdet verlieren. Aber solange der Stab so kurz ist, kann er euch nicht gefährlich werden. Macht gleich weiter. Orange. Wie sieht aus? Ich zeige euch drei Sachen und frage euch, wie sieht eine Glaskugel aus? Sehr einfach. Und ihr solltet das Richtige herausfinden. Ja, noch immer steht ihr hier in der Nähe der Falle. Wollt ihr es diesmal versuchen, drüber hinweg zu können? Ja. Dreimal. Viel Glück. Teil eins der Aufgabe. Wie sieht ein Gürteltier aus? So? So? Oder so? Blau. Da ist schon der goldene Ring und wir lösen auf. Das Gürteltier ist dieses sicher nicht. Das ist ein, wisst ihr das? Ja. Ein Chamäleon. Ja, ein Chamäleon. Und das Tier, das jetzt verschwindet, ist auch kein Gürteltier. Krokodil. Ja, das ist ein kleines Krokodil. Das ist das Gürteltier. Man sieht eben Gürtel rund um seinen Körper. Gut. Zweiter Teil der Aufgabe. Wie sieht ein Saxophon aus? Ja. So? So? Oder so? Blau. Das hier ist kein Saxophon. Das ist eine, wisst ihr was das war? Das ist gerade verschwunden. Eine Garinette. Habt ihr recht? Eins der beiden ist ein Waldhorn. Dieses da. Ihr habt das Saxophon. Herausgefunden, sehr gut. Dritter Teil. Wie sehen Pfingstrosen aus? Pfingstrosen. So? So? Oder so? Oder so? Stopp. Das war jetzt eine lange Beratung. Kennt ihr Pfingstrosen? Ja, gehört habe ich schon einmal. Aber noch nicht gesehen. Hättet ihr einen Verdacht, was die anderen sind, wenn ihr sie ausschließt? Eine Orchidee, grün, glaube ich, der Orchidee hinten. Und rot habe ich auch schon mal gesehen, aber den Namen weiß ich nicht. Schauen wir, ob ihr recht habt. Etwas stimmt ganz sicher, das ist die Orchidee. Das ist keine Pfingstrose. Jetzt haben wir zwei Sachen. Eine dieser Blumen sieht man vor allem im Frühling. Es ist die Primmel. Das ist diese hier. Die Pfingstrose kommt dann später im Garten. Sehr gut. Wollt ihr wissen, was ich hier schreibe? Dieser Spruch werde ich ganz schnell heim zu eurer Mami schicken. Lass euch von Merlox nicht in die Irre führen, sondern nehmt euren ersten Drachentaler. Kommt nur voran, kommt nur voran. Die erste Kurve ist schon geschafft, sehr gut. Und ihr habt noch vier Pergamente vor euch. Aber auch noch ein großes Stück des Weges. Lila. Bogenschießen. Bogenschießen. Passt auf. Ihr müsst ein Feld schaffen. Das müsst ihr. Und ihr wisst, ein Volltreffer bringt ein Feld. Jeder der äußeren Ringe nur ein halbes Feld. Aber ihr könnt auch aufhören. Ihr müsst nicht alle drei Pfeile abschießen. Bereit? Hier kommt die Zielscheibe auf dem Turnierplatz vor der Burg. Hier ist sie. Und hier sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Pfeile. Sucht euch die aus, wo ihr sagt, die treffen ganz sicher. Acht. Wo hat der getroffen? Das. Aha. Erst ein halbes Feld. Ihr braucht mindestens noch ein halbes, damit die Aufgabe gelöst ist. Eins. Zwei. Zwei. Ups. Drüber hinweg. Auf den dritten Pfeil kommt es jetzt an. Drei. Der dritte Pfeil muss treffen. Drei. Und der dritte Pfeil fliegt und hat getroffen. Sogar ins Rote. Ein halbes Feld nützt nichts. Es gibt keine halbe Falle. Bravo. Geschafft. Und schon könnt ihr weiter. Aber jetzt über die Falle hinweg. Womit? Gelb. Finde die Falschen. Bei Finde die Falschen seht ihr verschiedene Sachen. Drei sind falsch, passen nicht dazu. Mindestens zwei müsst ihr herausfinden. Drei dürft ihr markieren. Bereit? Müsste ich jetzt noch nicht entscheiden. Okay. Schauen wir es uns einmal an. Hier sind heute Sehenswürdigkeiten. Da haben wir das Kolosseum, die Freiheitsstatue, die kleine Meerjungfrau, den Sphinx, das berühmte Hollywood-Zeichen, den Lindwurm und das Atomium. Jetzt passt auf. Die meisten sind in Europa. Drei dieser Sehenswürdigkeiten sind nicht in Europa zu finden. Welche sind es? Zwei braucht ihr. Was wollt ihr markieren? Drei könnt ihr markieren. Was ist nicht in Europa? Nicht in Europa. Was nicht in Europa ist. Achtung ihr müsst jetzt. Die Freiheitsstatue. Freiheitsstatue. Ich werde noch eins markieren. Die Sphinx. Sicher? Valeria hat ihre Bedenken. Du glaubst nicht ganz, dass es stimmt. Was glaubst du wäre nicht in Europa? Valeria? Die Nixe vielleicht. Die Nixe vielleicht. Die Nixe vielleicht. Schauen wir einmal nach. Was ist nicht in Europa? Hollywood ist wo? In den Vereinigten Staaten. In Kalifornien. Was ist noch nicht in Europa? Die Freiheitsstatue. Ebenfalls. Damit seid ihr bereits über die Falle hinweg. Sehr gut. Habt ihr noch ein drittes Feld geschafft? Ja. Der Sphinx ist in Ägypten. Die Nixe ist die kleine Meerjungfrau. Ja, da habt auch ihr großartig jongliert. Mit den Lösungen. Gut gemacht. Die Falle ist weg. Zwei Drachenteiler gehören euch. Kommt nur, kommt nur, kommt nur. Die Nixe ist die kleine Meerjungfrau. Die berühmte Märchenfigur von Hans Christian Andersen. Die sitzt im Hafen von Kopenhagen in Dänemark. So, Achtung. Ihr braucht noch eine zweite Frage für die zweite Ziffer von heute. Und hier ist sie auch schon. Wer sägte? Voller Tücke. In die Brücke eine Lücke. Waren das Tom und Jerry oder Max und Moritz? Bei der richtigen Lösung findet ihr die zweite Ziffer. Valeria und Martina, ihr habt noch zwei Pagamente. Vor euch aber auch noch ein Drittel des Weges. Fünf Felder. Wollt ihr in die Höhle? Schaffen die beiden es? Ihr erfahrt es beim nächsten Mal. Seid unbedingt dabei. Ihr könnt diese Schatztruhe und ein Drachenschatzpargament gewinnen. Spielt mit und ruft an unter der Telefonnummer 08 20 00 1000. Oder gebt die Ziffern im Internet unter konfetti.orf.at ein. Ob ihr gewonnen habt, seht ihr am Teletext auf Seite 706 und im Internet unter konfetti.orf.at. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und das ZDF für funk, 2017 und das ZDF für funk, 2017 wurde aufschnittlich gestartet und spürt durch und FDF für funk, 2017 überamento, 2018 und im Internet untertitelung. Zumalber in die ZDF für funk, 2018 ist ein solveresignal. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.